LOL Watermelon Mania So, damit willkommen zurück zu Yo Zu Ich Bin Blöd Zu Yoshi's Island Plus Und Was mach ich? Komm hör auf zu schreien, komm Ich hoffe er nimmt Mal wieder den Ingame Sound auf Ich hab keine Ahnung was das sollte beim letzten Mal Aber ich hab's auch ehrlich gesagt Nicht getestet Deswegen kann es durchaus sein Dass es wieder vorkommt Aber ich hoffe einfach mal Das Beste Tschüss Ich lehne mich damit Bestimmt ziemlich weit aus dem Fenster Aber ich würde erstmal sagen Das Level sieht Angenehm Schaffbar aus Und jetzt brauche ich erstmal Eier Eier Ach ne So Wie soll ich denn da oben Das ist doch scheiße so was Ich weiß, dass man den stoppen kann Aber da müsste ich erst Tasten für umstellen Und da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf Ich versuche es noch ein paar Mal Na los Ah, komm Moment, Moment Ich muss dann Den Rewind Knopf Einmal Weglegen Dann brauche ich Dann brauche ich Input Input Und zwar Er brauche ich Hepp Ging doch so, ne Äh Ach ja, jetzt brauche ich erstmal Eier Komm Boah, bist du dumm Na los Na los Ja, okay Ja, sicher Komm her Moment mal Wofür mache ich das überhaupt Ich kann einfach weiter Boah Bin ich dumm Bin ich behindert So, ja Genau Springe über meine Zunge Habe ich kein Problem mit Gib nochmal her Da so ein Teil Aua Ah, ich bin viel zu ektisch Hepp Hepp Düdüdüdüdüdüdü Diese Blumen, ne Die sind gar nicht schwer Aber ich laufe einfach ständig in sie rein Das ist schrecklich Wirklich schrecklich, sowas Bam Wehe, der stirbt dadurch nicht Mal Scheiße Ja, jetzt habe ich natürlich den Rewind Nicht im Moment Das ist natürlich auch blöd Äh Ja Mein Gamepad hat nicht so viele Tasten Hm Ich lichte ihn dann mal Nein, nicht dahin Fast forward und Rewind Gleichzeitig Kommt nicht gut So Watermelon Mania Die zweite Hepp Ha Hast du gedacht Hepp Düdüü Aber ich finde den Leveltitel ein bisschen unpassend Nur weil man am Anfang eine Melone kriegt Aber naja Vielleicht wird es ja noch Bam Ach was mache ich denn In jede dieser dummen Blumen laufe ich rein Das gibt es gar nicht Hepp Jetzt schieße ich die erstmal weg So Tschüss Aua Bin ich dumm So Nein 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 Ach Ja Das war jetzt viel zu weit Aber egal Das Level ist an sich wirklich schön Das gefällt mir Aber ich laufe einfach ständig in diese Blumen Ah Man So Geh kacken Ja oder nicht Dam da Dam 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 da Ich setze auch mal ein Safe State zwischendurch Ja genau Hepp 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 Kann ich einfach weiter Nein Kann ich nicht Sonst hätte ich jetzt gesagt Hey komm Aber Nicht Gut Dann muss ich die Stelle da vorne anders angehen Da kommt man nämlich Offenbar nicht in einem Satz drüber Das ist ein bisschen schade Aber was soll's Gut Aber ich kann ja jetzt So fokussen Das ist ganz praktisch Hepp Hätte ich vielleicht auch schon ein paar Folgen früher einstellen können Aber hey So Äh Boah Das war knapp Egal Weiter Puh Ja genau Eiswelt Aber dann kommt jetzt wahrscheinlich Eine Da ist schon mal eine Eismelone Aber eine Feuermelone sollte irgendwo sein Würde ich mal ganz stark tippen Wahrscheinlich da drin Aber das ist mir auch zu blöd Dafür Benutze ich nicht mein letztes Ei Mittelring Sehr gut Und eine Röhre War das jetzt alles optional Der Scheiß da Dann kannst du mich mal spielen So Was haben wir hier Sternchen Sehr gut Hepp Verliere ich sowieso wieder Aber was soll's Äh Graben Ach war das die Welt Mit dem Raden Ne Noch nicht oder Ist ja erst die zweite Ah Ne Ah Drogen 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 Boah Boah Das erinnert mich gerade an Normal Super Mario Brothers Falls jemand das kennt Hab ich auch schon mal Eine letzte Show zugemacht Gott Diese Teile Die sind schrecklich Jetzt warte ich erst mal Bis er seinen Rausch Ausgeschlafen hat Boah Guckt ihn euch an Ach scheiß doch drauf So kann man doch nicht spielen Guck mal her Bam 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 Nein 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 Ach Fuck Safe State Boah Boah Der war Gar nicht Mal so schlecht Aber der war Schlicht Ja Okay Das geht Ganz gut Aber dann Fliege ich da In so eine Polle Ah Gott Ich hasse das Ich hasse das Hepp Gut Dann mach ich hier mal Ein Save Da kackt einfach mal Meine Stimme ab Meine Güte Boah Wie er guckt Läuft der weiter? Der ist grad von selber Weiter gelaufen Okay Hm Ah Stelle geschafft Mach ich nochmal Ein Save State Boah Geil Ja Lauf gegen eine unsichtbare Wand Die gar nicht da ist Aber gut Jawohl Die Musik La 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 Schöne Musik La 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 Mein Stimme ist irgendwie grad Echt nicht in Form Was soll's Passiert Ja Total Uninteressant Hier oben Hepp Ey Geh weg 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 Keiner mag dich Du gehst Ein bisschen weg Kann ich die einfrieren Ja tatsächlich Cool Ja und dann Was Egal Das macht keinen Sinn Dass ich was eingefrorenes Nicht kaputt machen kann Das geht in fast jedem Spiel Aber egal Das ist blöd Egal Spring ich Drüh. Und so. Äh. Hallo? Er sollte eigentlich Eis pusten, aber... Irgendwas hat gerade nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es jetzt? Ja. Ach so, ich kann dann da durchlaufen. Okay, das ist auch praktisch. Geh mal weg. Braucht mal ein paar Eier. Kann man die auch einsaugen? Ne. Ah, Levelende. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch eins, weil 10 Minuten ist ein bisschen wenig. Und keine Blumen eingesammelt. Naja, egal. Ich spule vor. 2,6. Flowers ain't so nice. Blumen sind nicht so nett. Okay. Ne, komm. Da oben will ich gar nicht hin. Na, die Blumen. Na, die sind echt nicht so nett. Oh, ne. 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 Kein Level mit den Scheißblumen. Das ist doch jetzt die ganze Zeit. Ja, sag ich ja. Oh Gott. Das wird witzig. Ui. Hepp. Hepp. Ja, genau. Hallo. Hä? Okay. Hm. Blume. Ah, so ne Blume. Fake Flower. Ich glaub, sie heißen sogar offiziell Fake Flower. Kommst du mal her? So. Düdüt. Düdü. 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 Ist da ne Tür hinter? Oder was ist dat? Ja, tatsächlich. Hehe. Genial. Okay. Was genau soll dieser Raum? Ne Münze. Und Sterne. Ich bin entzückt. So gar nicht. Naja. Düdü. Dü. Und schon wieder die Fake Blume. Hepp. Hepp. Ah, okay. Ist wahrscheinlich auch nur optional. Aber geh ich mal hoch. Äh. Ne. Das war schlecht. Weh. Kapier ich nicht. Egal. Öh. Tschüss. Ah, diese blöden Blasenblumen. Es macht gar keinen Sinn. Eine Blume, die Blasen spuckt. Ich mein, irgendwas hässliches, was es nicht gibt, was dann da rumläuft, das kann ich verkraften. Aber manche Sachen sind einfach unlogisch. So ein Shy Guy, klar, der macht auch wenig Sinn, aber... Damit kann man sich anfreunden als Mario-Spieler, weil Mario macht ja generell nicht so viel Sinn. Aber eine Blume, die Blasen spuckt, finde ich gerade irgendwie kurios. Naja. Was soll's. Aber wieder ein ganz nettes Level. Also generell, ich hab's ja schon öfters gesagt, aber ich find echt, die Level des Hacks sind zwar anspruchsvoll, aber... ...auf jeden Fall schön. Und der Zug. Den Zug kann ich, glaub ich, nicht, aber... Ey, was soll's. Gehst du bitte da drauf? Danke. Okay, da gibt's wenig nicht zu können. Ich hab gedacht, der ist irgendwie schneller oder so. Oh, da war ein Gegner. Auch gut. Ich fahr einfach straight durch. Äh, 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 gehst du weg? Gehst du weg? Fahr ich halt nicht straight durch. Weil der mich nicht lässt. Äh. Düm, dü, 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 dü. Ja, ich muss hier weg. Ich muss... Ne, Scheiße. Naja, ich glaub, das ist alles nur optional. Ich lauf einfach mal dran vorbei. Und... Nein, ist das nicht schade. Aber ich kann hier hinten hochgehen. Wie mir scheint. Hep. Ey. Dü, 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 dü. Wie langsam der ist. Ich hatte ihn echt schneller in Erinnerung. Äh, äh, äh. Gut, dann geh ich mal hier drauf. Wahrscheinlich ist das falsch, aber mal gucken. Nein. Für die Blume. Super. Doof. Tschüss. Gut, dann muss ich schneller sein. Viel, viel schneller. Tschut, schut. Ich bin ein Zug. Da. Da, 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 da. Wahrscheinlich wird er mich wieder belästigen, aber ich glaub... Ah, das passt sogar. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, äh, es ist mir egal, aber so ist auch gut. Und weiter? Oh Gott. Mit dem Zug jetzt ist so ein Scheiß. Gott. Mhm. Was sollte ich da bitte tun? Keine Ahnung. Egal, geschafft. Hep. Hep. Dü, 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 dü. Hoch. Mach ich einfach mal ein Safestate vor. Aber es hat tatsächlich gepasst, wow. Also sowas krieg ich in den seltensten Fällen, seltensten, der, 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 ganz wenig Fälle hin. Genau. Was mach ich jetzt hier? Ne, warte mal. So. Äh. Ah. Vor allem, ich kann die nicht besiegen, weil ich hab keine Eier. Aber ich warte jetzt. Ich spring da nicht einfach drüber. Oder? Warum mach ich's überhaupt? Das ist Schwachsinn. Einfach nur... Ach. Leck mich am Arsch, ey. Mein... Mein Gott. Mann. Hep. Warum ist das Ei jetzt kaputt gegangen? Ach komm, ich... Ich geh einfach weg, ey. So. Ja, und Levelende. Sehr gut. Kein... Kein Bonusspiel. Ist mir egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Folge ist jetzt endet. Ciao. Ciao. Ich bin tripod. Geist. Ich bin Nadal. Ich bin auf. Johann Abi. Sche 읽sa mal. Ich bin pagestick. Ich bin upon approach. Ich bin copied. Ich bin Mickey. Jean. Sauce kannzwere. icker würde ich euch das Video. Ich bin EPAgt. Ich bin primero Philosophy. Untertitelung des ZDF, 2020